... zum Lutherkäuern, zum Rokium, bei Jesus Christus und Amen. 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 Bekamen uns, unsere Gäste, unser Gottesdienst immer, Sonntag 11 Uhr, in Ägypten, willkommen und zusammen mit Gottreichmann, okay? Das ist gut. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich sage, komm in mein Leben, beginn wir alle Sünden und mach mein Leben neu. Ich sage jetzt, Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Amen. Amen. Kaffee? Kaffee? Gibt's? Kaffee in der Ausschaden? Ja. Okay. Ja, meine Leute, ich würde gerne einen Tiramon. Rammkaffee, Thiele, Küche, Keks, und Wasser. Herzlichen Dank.